Ich wünsche euch einen wundervollen guten Morgen. Eure Gabi Elli Denkt darüber nach. Was schätze ich an mir selbst? Habt ihr das überhaupt schon je mal gedacht? Wer seid ihr? Wer möchtet ihr sein? Ihr müsst euch schon vorstellen, wer ihr sein möchtet. Beantwortet die Fragen für euch selbst und schreibt euch das auf. Wer seid ihr jetzt nach eurer Ansicht? Und wer möchtet ihr sein in Zukunft? Zum Beispiel Ich bin eine wunderschöne, erotische Frau. Oder auch der Mann. Sagt euch das jeden Tag. Ich bin liebevoll. Ich bin kraftvoll. Ich bin würdevoll. Ich bin voller Lebensenergie und Freude. Ich bin Freude. Verinnerlicht diese Worte täglich. Ihr werdet sehen, es kommt zu Veränderungen. Affirmation für heute. Ich bin so dankbar für die Liebe und die Freude, die mich heute umgeben. Und ich wünsche euch sehr, dass das immer so bleibt und geht damit in einen wunderschönen, herrlichen Tag. Eure Gabrieli. Eure Gabrieli.